Dem Schweizer Pfarrer Jean-Claude Fournier wurde die taiwanische Staatsbürgerschaft in Anerkennung seiner Leistungen bei der Förderung der Erziehung in ländlichen Gebieten verliehen. Der 1938 geborene Schweizer kam 1965 nach Taiwan, ließ sich in Hualien im Osten des Landes nieder und half den lokalen Anwohnern, ihr Leben zu verbessern, dem er sie mit Sparko-Operativen und der Geldverwaltung vertraut machte. 1971 eröffnete er dann einen Kindergarten mit niedrigen Gebühren, speziell für finanziell schwache Familien. Er musste sich dann aber an Wohlfahrtsorganisationen, Freunde und Verwandte und Regierungseinrichtungen in der Schweiz wenden, um sein Projekt am Leben zu erhalten. Die ist erfolgreich, man ist mittlerweile im 48. Jahr. Etliche der früher den Kindergarten besuchenden Kinder schauen auch heute noch bei ihm vorbei. Trotz seines Alters denkt er noch lange nicht ans Aufhören, da gibt es noch einiges zu tun, bei dem er helfen könne. Und jetzt, wie Sie das sind, wie wir die Kindergarten, ließ die Kindergarten, ließ die Kindergarten. Vielen Dank.